Mein Name ist Susanne Schäfer, ich bin Unternehmerin und Bike-Guide und leite mit meinem Mann zusammen die Swiss-Bike-Schule in Winterthur. Meine Leidenschaft ist die Leidenschaft unserer ganzen Familie. Alle sind bei uns im Unternehmen tätig. Wir sind auch privat mit dem Bike unterwegs. Die Jungen zeigen uns wieder einen neuen Weg oder wir rein. Das ist immer eine grosse Freude. Das schweißt einfach zusammen. Was mir bewusst geworden ist beim Biken ist, dass man selbst für das Bike verantwortlich ist, für den Hunger verantwortlich ist. Mein Mann wird manchmal richtig zum Löwe und auf dem Velo merke ich das schnell. Ich kenne ihn von gut. Also ich habe immer genug zu trinken und zu essen dabei. Und wenn es etwas zum Reparieren gibt, dann mache ich das selbst. Weil selbst ist die Frau. Gemeinsam unterwegs sein, zusammen etwas erleben, ist etwas wunderschönes für Körper, Geist und Seele ein Test. Ich bin gar nicht passiert. Schon so sicher? Untertitelung des ZDF, 2020